E-Bikes, Pedelecs, Elektromobilität. Derzeit gibt es wohl nur ein Thema, wobei sich die Fahrradbranche unterhält. Ich wollte nicht nur darüber reden, ich wollte es ausprobieren und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, um Australien auf einem Pedelec zu umrunden. Was als Testfahrt begann, wurde zur Reise meines Lebens. Die Reise meines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.